Bethesda bzw. The Elder Scrolls Online betreibt selbst Sabotage in Europa? Aber es gibt auch positive News, denn das Endlose Archive ist eingeschlagen wie eine Bombe und dementsprechend lasst uns gleich in die spannenden Inhalte starten. Ich bin's wieder, euer Lexus hier vom offiziellen ESO Stream Team. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu ESO Weekend. Deswegen ab dafür ins erste Thema hinein. Das Endlose Archive ist richtig, richtig geil. Schreibt mir mal eure ersten Eindrücke vom Endlosen Archive in die Kommentare, aber diesen Eindruck hier auf Reddit, den teile ich auch. Es ist viel zu zeitraubend bzw. viel zu zeitaufwendig. Ich habe jetzt inzwischen schon Runs gesehen, wo Teams auf Arc bzw. Schleife 31 kommen und für diese unfassbar langen Schleifen sind wohl über 50 Stunden Spielen bzw. Zocken am Stück notwendig, um das zu erreichen. Das heißt, da wird durchaus dann auch etwas körperlich Ungesundes gemacht. Und ich finde, dass hier vielleicht in Zukunft mit dem nächsten großen Update noch mal besser rumkommen sollte. Es sollte Save Points geben oder irgendein ähnliches System. Schreibt mir mal eure Ideen, wie man das lösen könnte in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Also eine Idee ist Save Points. Wenn man beispielsweise vier oder fünf Schleifen erreicht hat, dass man dann gleich direkt die laden kann und dann wieder bei 10, bei 15, bei 20 und so weiter und so fort. Sowas wäre ganz cool. Vielleicht so, dass das System mit berücksichtigt, wie viel Leben man zum Zeitpunkt des Rekords hatte. Also wenn man jetzt zum ersten Mal Schleife 5 erreicht und dann in Zukunft auch schon ab Schleife 5 starten kann, dass dann gespeichert wird, okay, Schleife 5 wurde erreicht und er hatte noch zwei Leben übrig. Und dann kann man jedes Mal von diesen Save starten und kann sagen, ich möchte ab Schleife 5 beginnen, statt mit den drei Leben von null mit den zwei Leben. Wenn man dann aber irgendwann wieder, sagen wir mal, einen neuen, besseren Run hinlegt und Schleife 1 bis 5 ganz normal spielt, ohne zu skippen sozusagen und dann drei Leben hat, dann wird das überschrieben, dann wird abgespeichert Schleife 5 mit drei Leben. Und dann kann man wieder von dort starten, von Schleife 5 mit drei Leben. Und so dann halt eben auch mit Schleife 10, Schleife 15 und so weiter und so fort. Das würde ich persönlich ein durchaus faires System finden und wie ich finde, könnte man mit diesem System durchaus auch in die Ranglisten reinkommen, weil dieses System würde ja berücksichtigen, wie viel Leben der Spieler zum Zeitpunkt X hatte. Es sorgt einfach nur dafür, dass man seinen Run auch mal pausieren kann und dann an einem nächsten Tag weitermachen kann, in Anführungsstrichen. So sehe ich das zumindest. Das ist meine Idee. Wenn ihr andere Ideen habt, schreibt die auf jeden Fall in die Kommentare. Des Weiteren gibt es viele tolle positive Neuigkeiten zum Endlosen Archiv. Der wurde nämlich richtig schnell Hand angelegt und zwar wurden bereits einige Sachen gefixt. Im Endlosen Archiv verwandelt man sich ja öfters mal in komische Gestalten, in den Ziegenbock oder aber beispielsweise in einem Sucher. Ist das passiert, dann ist es in den ersten zwei Wochen so gewesen, dass solange, nachdem man sich zurück verwandelt hat, die Sets nicht wieder reaktiviert wurden. Also zum Beispiel die ganzen Buffs vom Eichenseelenring, die wurden nicht wieder aktiv geschaltet, sondern man musste das Set erst einmal anequippen, also sozusagen ablegen und dann wieder ausrüsten, damit es wieder funktioniert hat. Dieser Bug wurde inzwischen bereits behoben. Des Weiteren funktionieren die Ranglisten jetzt auch ordentlich im Endlosen Archiv. Das heißt also, wenn ihr auf Ranglistenplätze aus seid, es geht jetzt. Ich habe aktuell den Rekord von, ich glaube, 170.000 Punkten. Das müsste irgendwas in Schleife 5 gewesen sein oder sowas. Das ist mein persönlicher Rekord, aber mein Anspruch ist auch nicht auf Schleife 30 zu kommen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie weit ihr schon gekommen seid, im Solo oder im Duo. Wird mich auf jeden Fall sehr interessieren. Bin gespannt, wie viel Spaß ihr schon am Endlosen Archiv habt. Ja, jetzt kommen wir zum Hauptaufreißer des heutigen Videos und ich bin sehr ungehalten, was das angeht. Aber kommen wir erst mal zum Kontext, bevor wir dann zur subjektiven Wahrnehmung beziehungsweise zur eigenen Meinung kommen. Im US-Store, im Bethesda-Gear-Store, nicht den Bethesda-International-Gear-Store, sondern den Bethesda-Gear-Store, der US-amerikanische, ist ein neues Elder Scrolls Online-Bundle veröffentlicht worden. Und zwar mit diesem unfassbar niedlichen Hermios Mora Plüsch. Dieser unfassbar niedliche Hermios Mora Plüsch, den wir von euch wahrscheinlich Hunderte kaufen würden. Auch da schreibt mir gerne mal in den nächsten paar Minuten, wenn ihr das ganze Bundle jetzt hier im Video gesehen habt, in die Kommentare. Wärt ihr ein potenzieller Kunde? Würdet ihr euch so einen Bundle kaufen für, sagen wir mal, 70 Euro? Oder vielleicht auch mit Steuern dann halt eben 80 Euro? Oder würdet ihr euch die Sachen einzeln kaufen? Zum Beispiel dieses Plüschtier hier für 40 Euro? Denn es ist nicht nur ein Plüschtier, sondern auch eine riesige Kuscheldecke mit dabei, die, wie ich finde, wirklich, wirklich cool aussieht. Das hier ist die Rückseite und das hier ist die Vorderseite. Hier sieht man nochmal die ganze Kuscheldecke. Also ich finde, die ist richtig, richtig sexy. Und es ist noch so ein Pin dabei, so ein Anstecker hier halt, so ein typischer. Der ist auch noch mit dabei. Ja, ganz nett. Ich denke, das Highlight ist die Decke und das Highlight ist das Plüschtier. Jetzt kommen wir aber zum springenden Punkt. Vielleicht habt ihr es vor einer Weile mitbekommen. Ich glaube, es war Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, da war der europäische Bethesda EU-Store für mehrere Monate lang offline. Die Begründung war, dass der Lager-Shop-Anbieter, da bin ich nicht ganz im Bilde, deswegen bitte behandelt jetzt alle Informationen, die jetzt kommen, nicht als offiziell. Ach, ich kann mir mal noch ganz kurz den Discord auföften. Dann haben wir noch ein paar offizielle Infos. Moment. Genau, also fangen wir nochmal. Ich habe mir inzwischen mal hier noch was aufgemacht, damit ich euch gleich noch was zeigen kann an offiziellen Quellen. Also, der Store war für längere Zeit lang offline und der ging dann nach vielen Monaten wieder online, weil gesagt wurde, hey, wir sind jetzt nicht mehr der Bethesda EU-Store, wir sind jetzt der Bethesda International Gear Store. Das ist dann quasi die Variante, die nicht für die US-amerikanische Variante ist, sondern halt eben für alles andere. Und gesagt wurde von den Community-Managern und so weiter und so fort, dass dieser Schritt gegangen wurde, weil man sich davon verspricht, dass man jetzt mehr Inhalte aus dem US-amerikanischen Store auch nach Europa bringen kann. Also dementsprechend ein zuverlässigeres, umfangreicheres System an Merge, was man dann in Europa anbieten kann. Denn die Angebote von dem Bethesda EU-Store waren davor immer ziemlich mager. In der Regel ist nur eins von fünf Sachen aus dem US-Store rübergekommen in den alten ursprünglichen Bethesda EU-Store. Mit dem International Gear Store, mit dem Bethesda International Gear Store hat man sich da Besserung versprochen. Und was haben wir bekommen? Genau das ist eben nicht eingetreten. Denn es gibt richtig, richtig viele coole Sachen, die wir persönlich hier in Europa erstmal nicht erhalten haben. Es gibt hier zum Beispiel diese neuen Kochtücher. Die kommen jetzt vielleicht nach Europa. Diese Münze ist schon lange, schon lange, lange im Shop drin im Bethesda US-Store. Die kommen vielleicht noch nach Europa. Die Tasse kommt wahrscheinlich nicht nach Europa. Zumindest gibt es da aktuell keine Sachen, die dafür sprechen. Das Bierglas, obwohl wir Deutschland sind, ist jetzt nach Ewigkeiten mal in den EU-Store reingekommen. Ist dementsprechend bei uns relativ neu im EU-Store und auch nicht reduziert, wie es hier beispielsweise der Fall ist. Ja, hier diese geilen Altmeri, also die geilen Allianz-Banner, wovon sicherlich viele von euch bei 15 oder 20 Euro zuschlagen würden. Alle nicht im EU-Store. Das heißt also, es ist eben keine Besserung eingetreten. Das, was man sich versprochen hat, ist nicht aufgegangen. Und so nun auch wieder hier. Es wurde hier sehr kurzsichtig gearbeitet, meines Erachtens. So, und jetzt mein Appell an euch an der Stelle hier. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht Kai Schober, den Community-Manager, der für The Elder Scrolls Online in Deutschland zuständig ist. Und in den Livestreams von Bethesda.de und so weiter und so fort hat er immer wieder gesagt, ja, es kommt wieder ein neues Plüschtier. Ich freue mich auch schon. Und es wird mega. Und es wurde auch immer wieder nachgefragt im Chat und in den Kommentaren, wann kommt es denn nun? Und er hat gesagt, ja, ich bin da fleißig am Schreiben mit den USA. Das kommt, das kommt, dauert nicht mehr lange und so weiter und so fort. Also es gab immer mal wieder neue Informationshäppchen. Und Kai ist auch fest davon ausgegangen, dass das Ding nach Europa kommt. Die Firma, die dieses Plüschtier für, ähm, die Firma, die dieses Plüschtier herstellt, nennt sich DPI Merchandising. Weiß nicht, vielleicht steht das hier auch noch irgendwo. Also DPI Merchandising ist die Firma, die dieses Plüschtier herstellt. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's, das ist eine deutsche Firma. Beziehungsweise die Tochterfirma von der deutschen Firma. Und diese deutsche Firma hat jetzt also die Entscheidung getroffen, in der Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen, äh, Gear-Store beziehungsweise Sales-Team, dass man bei der Produktion nicht darauf achtet, dass die EU-Richtlinien eingehalten werden. Also bei diesem Plüschtier, dieses Plüschtier gilt als Kinderspielzeug oder kann als Kinderspielzeug angesehen werden. Auch wenn wir jetzt als Zielgruppe sagen, naja, wer spielt denn Elder Scrolls Online? Sicherlich nicht Zwölfjährige. Ähm, das, das wissen wir, aber das weiß ja nicht der Zeu und so weiter und so fort. Das weiß ja nicht Europa. Dementsprechend, ähm, können in diesen Plüschtier-Geschichten krebserregende Stoffe drin sein? Wir kennen das, das kann aber überall drin sein, ja? Chemische Stoffe sind an vielen Stellen drin. Letztens wurden die ganzen Tattoo-Farmen verboten in Europa und so weiter und so fort. Und es ist ja auch wichtig und richtig, dass Europa uns da beschützt. Aber in diesem Falle ist es halt nur deswegen so, dass es nicht nach Europa kommt, weil das Ding wird eventuell als Kinderspielzeug eingestuft und kann unter Umständen krebs- und erregende Stoffe enthalten und dementsprechend können sie das Bundle, das Plüschtier nicht nach Europa bringen. Also, nochmal objektive Information zusammengefasst. Der Bethesda EU-Store war Ewigkeiten offline, um dann online zu gehen und zu sagen und sagen zu können, es kommen jetzt wieder mehr Inhalte aus dem US-Store in den EU-Store. Ziel nicht erreicht. Eine deutsche Firma hat für den US- amerikanischen Bereich ein Kuscheltier herstellen lassen, was europäische Kunden den aus den Händen reißen würden. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wer von euch alles in die Kommentare schreibt, dass er sich das Bundle kaufen würde. Und hat dabei nicht darauf geachtet, dass man das Bundle vielleicht auch in Europa verkaufen könnte oder wollen, verkaufen wollen würde, hat die deutschen Community Manager hingehalten und hat gesagt, ja, ja, das kommt, das kommt, ja, das wird alles, das wird super toll und hier und da und es wird alles besser. Und wo sind wir jetzt? Genau. Und wer kriegt die ganze Scheiße jetzt ab? Die Leute, die die ganze Zeit gesagt haben, da kommt was. Und Kai tut mir richtig leid, weil der schreibt regelmäßig mit denen und die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben, das muss man sich mal vorstellen. Eine deutsche Firma hat die Entscheidung getroffen, wir stellen jetzt im Auftrag für den US-amerikanischen Markt etwas her, was wir dann aber in Europa nicht verkaufen können, obwohl wir eine deutsche Firma sind. Das macht gar keinen Sinn. Das ist absolut bescheuert. Gut. Und da gehen wir jetzt auch in die objektive Wahrnehmung rüber, weil das waren jetzt so die Infos, die wir haben. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, meine Meinung, meine subjektive Wahrnehmung. Also gehen wir rüber zur subjektiven Wahrnehmung. Wenn man den Spaß kauft, ich habe das auch mal simuliert, deswegen hat Kai ja auch nochmal die Werte. Wenn man den Spaß als normaler Kunde kauft, kostet das Ding 65 Dollar. Und man muss wissen, die Preise auf US-amerikanischen Seiten sind immer Nettopreise. Das heißt, da ist noch keine Steuer drauf. Da kommt jetzt also eine Einfuhrsteuer drauf, wahrscheinlich 19 Prozent. Und dann kommt nochmal Zoll obendrauf, weil der Zoll schon in Amerika abgearbeitet wird. Deswegen ist es auch sehr wahrscheinlich, wenn ihr den importieren lasst, dass das Ding nicht vom Zoll beschlagnahmt wird, weil das Ding wird sehr wahrscheinlich dann halt eben, weil es in Europa ja nicht verkauft werden darf, etc., bestimmte Regularien haben, bla bla bla. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Falls jemand von euch beim Zoll arbeitet, schreibt es mal in die Kommentare. Auf jeden Fall, Zoll wird schon in den USA abgegolten. Deswegen kommt der Preis obendrauf. Und Einfuhrsteuer bzw. Umsatz oder Mehrwertsteuer wird auch nochmal obendrauf geschlagen. Wir sind dann bei einem Preis von, ich glaube, da kommen ungefähr 20 Dollar obendrauf für Steuern und Zoll und dann kommen 40 Euro Versandkosten obendrauf. Man ist also am Ende bei ungefähr Pi mal Daumen 125 Euro, die man bezahlt, um sich ein so ein Bundle nach Deutschland einfliegen zu lassen. Mit der geringen Chance, dass es dann auch noch vom Zoll beschlagnahmt wird. Eventuell. Eventuell. ist echt traurig. Wer diese Entscheidung in den USA getroffen hat, das ist Selbstsabotage. Deswegen auch der Titel. Bethesda sabotiert hier sich selbst oder zumindest die Reputation von Bethesda im europäischen Markt. Und ich finde das super schade. Jetzt wird der ein oder andere sagen, oh, das ist doch voll übertrieben. Es geht doch nur um Plüschtier, dies, das. Ja, aber wisst ihr, wie viel Geld man mit der Scheiße einnehmen kann? Bethesda! Warum? Warum lasst ihr euch die ganzen Kunden entgehen? Es gibt so viele Leute, die sich dieses Bundle in Europa holen wollen würden. Dann lass es halt 80 Euro kosten, wenn dann noch unsere Steuern mit drauf kommen. Aber halt eben 80 Euro im International bzw. EU-Store. Und fertig ist der Lachs. Keine 40 Euro Versandkosten. Ach, ihr seht schon, ich könnte mich da sehr drüber aufregen. Naja, nichtsdestotrotz meine Bitte jetzt an euch, auch weiterhin Teil subjektiver Werte jetzt hier. Belästigt nicht Kai mit dem Thema. Kai hat sich Mühe für euch gegeben. Er kann nichts dafür, dass das nicht geklappt hat und ist selber sehr enttäuscht. Also interne Kommunikation werde ich jetzt nicht mit euch teilen. Das hier könnt ihr öffentlich im Bethesda Discord nachlesen. Ich kann nur so viel sagen, Kai ist sehr bestürzt über die Situation. Wenn ihr wollt, dass sich da was ändert, dass die Leute da mal aufwachen. Ich weiß nicht, ob wir, vielleicht müssen wir eine Petition starten, um den Leuten, die in den US diese Entscheidung getroffen haben, mal bewusst zu machen, wie viele Kunden ihnen da verloren geht. Aber ich denke, das Erste, was wir jetzt erstmal im ersten Schritt machen können, ist unser Feedback geben. Ich glaube nicht großartig, dass es was bringt, das im Elder Scrolls Online Forum zu tun, sondern ihr könnt beispielsweise auf X bzw. Twitter gehen. Hier ist auch nochmal der Link. Und schreibt einfach, ich habe hier auch meinen Dampf abgelassen. Ich denke, es bringt nichts, wenn ihr meinen Kommentar liked. Ich denke, am meisten bringt es, wenn jeder seinen Twitter oder X-Account nutzt und hier mal unter den Official Bethesda Gear Stork Post schreibt, hey, das Ding in Europa wäre mal was gewesen. Schade. Oder ihr lasst eure Kunden in Europa sitzen. Schreibt irgendwie sowas. Also ich habe mir auf jeden Fall die Mühe gemacht, hier unter die Posts von Gina und unter den Posts vom Gear Stork das zu schreiben. Und es gibt auch noch einige andere, die das hier geschrieben haben. Deswegen schreibt gerne mal da eure Meinung. Lasst euch da aus. Aber wie gesagt, lasst euch nicht gegenüber Kai aus oder so, weil der hat alles in seiner Machtstinne getan und ist fest davon überzeugt gewesen, dass das Ding auch nach Europa kommt. So, nächstes Thema. Es gibt auch gute Sachen im Sale. Und zwar aktuell nur 13 Euro für die neue Erweiterung, falls ihr sie noch nicht habt. Da ist auch der Arcanist mit drin. Denkt dran, wenn der Arcanist ein Jahr alt wird, wird diese Klasse sehr wahrscheinlich nicht Teil von ESO Plus werden, sondern so wie die anderen Klassen wird er dann separat im Store angeboten für 1500 Kronen. Jetzt können wir nochmal kurz nachgucken, was sind 1500 Kronen wert ohne Sale. 13 Euro. Was bezahlt ihr jetzt aktuell, damit ihr den Arcanist permanent freigeschaltet habt und das Kapitel permanent freigeschaltet habt? 20 Cent mehr. Also ich würde sagen, wenn ihr den Arcanisten noch haben wollt, kauft ihn euch nicht in einem Jahr über Kronen, kauft euch jetzt Negrom. Und ich habe keinen Link und ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich das sage. Einfach nur für euch jetzt hier eine Info. Falls ihr den Arcanist noch spielen wollt, euch als eine neue Klasse erstellen wollt, das würde sich preislich in meinen Augen aktuell mehr lohnen. Ja, kommen wir noch zu einem weiteren Thema. Und zwar würde mich mal interessieren, ob es von euch einige gibt, die beim Questen und so weiter und so fort in der Ego-Perspektive spielen. Gibt es da einige von euch, die in der First Person spielen, in der Ego-Perspektive? Würde mich mal interessieren, weil ich habe, ich bemerke immer wieder, beim Questen ist das durchaus ganz cool, aber selbst beim Questen mache ich es noch zu selten. Also selbst beim Questen mache ich dann doch eher dritte Person, Vogel-Perspektive. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und was euch interessieren könnte, sind die ganzen geilen Posts, die ich veröffentlicht habe auf Patreon. Und zwar habe ich jede Menge Fleiß hier reingesteckt. Es gab Einnahmen. Ihr könnt meine YouTube-Einnahmen sehen zu vergangenen Videos. Der neue Podcast ist übrigens erschienen. Link dazu findet ihr, wenn ihr auf meine Kanalseite geht und dann auf Podcast. Da gibt es einen extra Tab. In der Videobeschreibung findet ihr dann den Podcast mit drin. Oder bei Videos findet ihr den Podcast ebenfalls. Und zwar haben wir Skoma-Klatsch nach drei Jahren Pause wiederbelebt. Wir wollen das jetzt wieder monatlich machen, Ben und ich. Wir haben es auf Spotify, iTunes und Deezer veröffentlicht. Das sind für uns kostenpflichtige Plattformen. Also, dementsprechend schaut vielleicht auf Patreon vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da, damit ich das auf diese jeweiligen Plattformen hochladen kann, falls ihr es auf den genannten Plattformen euch anhören wollt. Die einzige Plattform, die für Ben und mich kostenlos ist, ist YouTube Music, denn das synchronisiert sich mit YouTube. Dementsprechend auf YouTube Music findet ihr den Podcast auch. Ihr müsst einfach nur nach Skoma-Klatsch suchen. Wenn ihr nichts der genannten Dienste habt, kein Deezer, kein Spotify, kein iTunes, kein YouTube Music bzw. YouTube Premium, dann gibt es für meine Patreons den sogenannten RSS-Feed. Das heißt also, es ist ein Link, den könnt ihr in eine Podcast-App eurer Wahl einspeichern. Und da bekommt ihr dann ohne Werbung, ohne irgendwelche Unterbrechungen, ohne zusätzliches Abonnement permanent den Podcast freigeschaltet. Das heißt also, schaut da mal vorbei, wenn ihr diesen RSS-Feed-Link haben wollt. Der ist jetzt für alle Patreons veröffentlicht. Oder zum Beispiel DPS-Tests zu meinem Frosthüter-Bild könnten den einen oder anderen interessieren. Ich arbeite aktuell akribisch an dem neuen Video zum endlosen Archiv. Das Ding wird aber eine richtige Bombe, weil ich würde gerne alle einzelnen Bosse erklären. Ich gehe davon aus, dass ich noch ein paar Wochen für das Video brauche. Dementsprechend, ich habe aber schon ein Video produziert, was eigentlich danach erst erscheinen soll. Zu den Klassensets. Wer möchte, den Vorabzugang gibt es jetzt schon für alle Patreons. Erscheint dann aber später auch kostenlos für alle anderen. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei, insofern euch das interessiert. So, und jetzt wechseln wir ins Spiel. Und ich sehe schon, das Spiel hat sich schon ausgelockt. Deswegen, bis gleich. Ja, und dickes, dickes Dankeschön auf jeden Fall auch nochmal an all meine Patreons. Vielen, vielen Dank vor allem an Anri, God of War, Seppal jetzt neu mit dabei. Freue ich mich sehr drüber. Danke schön, Seppal, für die Unterstützung. Sightiff, Kebi und Nessui. Dickes, dickes Dankeschön natürlich auch an alle anderen hier genannten. Es sind einige mehr geworden. Das weiß ich sehr zu schätzen. Es freut mich, dass es so gut bei euch ankommt, dass ich jetzt auch richtigen ESO-Content auf meinem Patreon mache. Bisher war das ja hauptsächlich Hintergrundinformationen. Und jetzt ist da auch mehr ESO mit dabei. Dementsprechend schön, dass das so gut bei euch ankommt. Und jetzt gehen wir rüber ins Spiel und gucken uns einmal an, was es hier so gibt. Ich wurde beim letzten Mal gefragt, wo denn dieser endlose Archiv-Händler zu finden ist. Der ist ein bisschen versteckt. Und zwar ist der hier hinten am Orsch der Welt. Man sieht ihn immerhin auf der Karte. Hier ist der normale Händler, den eigentlich alle kennen sollten. Und hier ist der Händler, der sich wöchentlich ändert. Wenn ihr spawnt, seid ihr ja hier bei der Sanduhr vorm Eingang vom endlosen Archiv. Ihr müsst dann einfach zwischen dem täglichen Quest-Typi und dem Eingang dran vorbeilaufen. Und dann kommt ihr hier hinten zu dem Händler, der wöchentlich andere Inhalte anbietet. Und da gibt es diesmal durchaus interessante Sachen. Ich denke, am interessantesten sind die beiden Spuren. Einmal Dolmen, Lehm und einmal berüttete Ständer aus Malachit. Da habe ich mir extra einmal rausgesucht, was das eigentlich ist. Weil am Anfang wusste ich es ehrlich gesagt nicht, was das ist oder was das sein soll. Deswegen, also, dieser berüttete Ständer aus Malachit ist ein Teil von dem richtig geilen Telvanni-Alchemie-Tisch. Und zwar dieses riesige Teil hier. Es ist ein optisch sehr hübscher Alchemie-Tisch, für den man hier verschiedene Fragmente sammeln muss. Das ist einer der Fragmente davon. Findet man eigentlich, also das Fragment dafür findet man eigentlich ziemlich einfach. Man muss es nämlich einfach nur aufheben. Und dementsprechend würde ich sagen, kauft euch das bitte nicht. Meine Empfehlung wäre, kauft euch diese Spur bitte nicht. Weil offensichtlich kann man das Ding einfach in der Open World looten. Dementsprechend lohnt es sich in meinen Augen nicht dafür, 5000 von der Währung aus dem endlosen Archive auszugeben. Das zweite Ding ist Dolmenlehm. Da kann man schon eher drüber sprechen. Dolmenlehm ist ein Teil von der Borkenwurz-Sägen-Verwandlung. Das ist diese hier. So sieht die aus. Die finde ich durchaus optisch ganz ansprechend. Und da gibt es auch verschiedene Fragmente. Wie ihr sehen könnt, hier 10 Stück. Das bekommt man eigentlich über die Vulkanschlote in Galen. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Drop-Chance relativ schlecht ist. Deswegen, da kann man vielleicht noch am ehesten drüber nachdenken, wenn man die Siegel hat, dass man sich dann diese Spur gönnt. Und hier macht es auf jeden Fall mehr Sinn, weil hier gibt es einen Zufallsfaktor. Bei dem anderen ist es ja nur ein Looten. Deswegen, da kann ich dann schon eher verstehen, wenn man dafür vielleicht diese Extra-Währung ausgeben möchte. Ansonsten haben wir hier wieder Schatzkarten aus dem nördlichen Elsweer. Wir haben das Dwemer-Dolid-Gehäuse. Den kann ich gleich mal heraufbeschwerden und euch zeigen, was das für ein Begleiter ist. Dann gibt es hier wieder einen Stil, und zwar Sillitrix Schulter. Es gibt hier wieder verschiedene Bücher, die man in sein Haus stellen kann. Als Gefährtenausrüstung gibt es diesmal Waffen. Es gibt auch wieder Fragmente für eure Ruhmesgeschichten. Maligrafie-Eiter gibt es auch. Da spiele ich noch am ehesten mit dem Gedanken für das Reit hier und den Begleiter, mir den zu holen. Und noch ein weiteres Buch, was es hier so gibt. So, und jetzt ganz kurz. Also, ich zeige euch einmal diesen Dwemer-Dolid, damit ihr wisst, für was ihr da ein Fragment erspielt. Also, ihr braucht da auch wieder mehrere verschiedene Fragmente. Wenn ihr die aber habt, dann könnt ihr die zusammensetzen und bekommt diesen kleinen, erspielbaren In-Game-Begleiter. Na, so sieht er aus. Den kann man da bekommen. Ja, und jetzt porten wir mal rüber, und zwar als nächstes geht es zur Goldenen. Die Goldene befindet sich hier in Cirodiil, und ich werde hier mit meinem Altmerichar hier zu diesem Zelt hin porten. Da ist die nämlich, und ich werde da hinkommen, indem ich jetzt hier über das Allianz-Krieg-Menü dahin porte, falls ihr euch fragt, wie das geht. Ab dafür. So, da bin ich nun also einmal zur Goldenen hin teleportiert. Da steht sie schon vor uns. Mal gucken, was es hier diesmal Schönes zu holen gibt. Gucken wir einmal rein in die ganzen tollen Sachen. Also, als Monstersets gibt es diesmal Krax aus Pilzgrotte 1. Lohnt sich eigentlich immer. Der Schaden von Krax ist auch ganz okay. Kann man durchaus spielen erstmal, wenn man an einfach zu erhaltenes Monsterset rankommen möchte. Man muss allerdings auch sagen, Pilzgrotte 1 auf Veteranen ist wirklich ziemlich einfach. Selbst wenn man da als Anfänger mit vier Spielern reingeht, dann ist das definitiv schaffbar. Und man bekommt den Helm halt garantiert nur in unterschiedlichen Rüstungsvarianten, mit Leichtmittel oder Schwer. Da muss man dann gucken, ob das Richtige droppt. Aber da kommt man sehr leicht ran, möchte ich damit sagen. Ich würde nicht sagen, dass es sich dafür lohnt, 100.000 auszugeben. Nichtsdestotrotz ist Krax auch im Endgame sehr interessant. Denn häufig ist im Endgame immer ein Slot-Item frei. Man spielt nämlich häufig auch Mythic-Items mal. Keine ganzen Monstersets, auch wenn das auch ab und zu vorkommt. Und da ist halt der Einer-Bonus von Krax sehr, sehr mächtig. Also die zusätzliche Durchdringung ist definitiv sehr gut. Vor allem, wenn man an dieses Set halt eben besonders einfach rankommt. Dann, aus Eldengrund 1 gibt es hier Würgedorn. Ich habe mir mal sagen lassen, das kann man im PvP ganz gut spielen. Ist wohl in Duellen ganz okay. Und kann man auch so im Solo-Gameplay wohl ganz gut spielen. Darüber hinaus habe ich jetzt aber keine großartigen Erfahrungen mit Würgedorn. Deswegen, ich glaube, unfassbar interessant ist es aktuell nicht. Donnerkäfer, meine ich, hat man mal eine ganz kurze Zeit lang auf dem Heel oder Off-Heel gespielt. Um Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen mit den Schockscharen. Die Zeit ist aber, glaube ich, schon lange her. Ich glaube, aktuell spielt man es nicht mehr. Falls ihr Heiler sein solltet, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich glaube, wir hatten es damals im Anstalt St. Turm eine Zeit lang gespielt. Bei dem Heiler, der sich hinterm Tank befindet. Aber ich kann mich auch irren. Also dementsprechend, ich glaube, aktuell ist es relativ uninteressant. Dann gibt es Schatzjäger. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Schatzjäger müsste aus Wohlenfell sein. Beim Schatzjäger ist es ein bisschen irreführend. Viele Leute denken, dass Schatzjäger ein gutes Set ist. Schatzjäger ist auch erstmal kein schlechtes Set. Denn wir kriegen jetzt zweimal Crit. Wir kriegen Magie und Waffenkraft. Und wir kriegen sogar noch einen zweiten Fünfer-Effekt. Also das ist immerhin schon mal ganz nett. Und es liest sich halt sehr stark, weil wir hier kriegen jetzt 2629 kritische Wahrscheinlichkeit. Jetzt können wir mal ausrechnen, was das in Prozent bedeutet. In Prozent bedeutet das 2629. Was war das? 2629. So, 219 ist ein Prozent. Also, wir kriegen hier zwölf Prozent kritische Wahrscheinlichkeit. Also wirklich ziemlich, ziemlich viel. Jetzt kommt aber das Ding. Das Set hat keinen einzigartigen Effekt. Sondern es ist ein Buff mit einem Namen. Nämlich größere Prophetie und größere Wildheit. Deswegen wird dieses Set nicht gespielt. Und deswegen ist es eventuell erst etwas irreführend, weil man das erstmal wissen muss. Wenn man diesen Buff bereits aus anderen Quellen bekommt. Also, zum Beispiel gibt es verschiedene Quellen. Die Magie- und Waffenkrafttränke, die geben einen größere Wildheit. Der Magiekrafttränke gibt einen größere Prophetie. Das gleiche gilt auch für die Allianz-Kampftränke. Oder Allianz-Magietränke. Also, es ist ebenfalls das gleiche. Dann gibt es Skills, die einen diesen Effekt geben. Zum Beispiel, was viele Leute spielen. Getarnter Jäger gibt einen den Spaß passiv. Ohne, dass man dafür irgendwas großartig machen muss. Muss man auch bedenken. Und es gibt auch viele, viele Fertigkeiten, die einen das geben. Zum Beispiel hier Flut des Vampirs. Oder es gibt auch noch andere Klassenfertigkeiten. Ich meine zum Beispiel Lotusblüte vom Hüter macht das beispielsweise ebenfalls. Und es gibt noch andere. Müsst ihr euch mal eure Skills ein bisschen durchlesen. Das heißt also, größere Prophetie bzw. größere Wildheit bekommen wir schon aus so vielen sicheren Quellen, dass ich dafür niemals ein Fünfer-Set opfern würde. Also, hier müsst ihr ja nur einen Skill ausrüsten, um das nutzen zu können. Seid ihr nun vielleicht kein Templer, dann ist es halt bei euch vielleicht eher der getarnte Jäger oder so. Oder ihr nutzt halt eure Tränke, was auch eine sehr kostengünstige Variante ist. Und so habt ihr halt einen kompletten Fünferplatz verschwendet, den ihr für viel mächtigere Sets einsetzen könntet. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall nicht Schatzjäger empfehlen. Schatzjäger ist immer sehr irreführend. Viele Spieler, die ins Spiel kommen und sich ein bisschen mit den Werten auseinandersetzen, denken dann so, oh geil, klingt ziemlich mächtig. Aber wie gesagt, ist es nicht. Dann haben wir hier Wanderritter. Wanderritter ist aus dem Schwarzherz... Aus dem Schwarzherzunterschlupf? Genau. Aus dem Schwarzherzunterschlupf. Was haben wir hier Schönes? Erhielt eure Magie in Waffenkraft mit Einhand- und Schildfertigkeiten um 450. Setzt ihr eine solche Fertigkeit ein, werdet ihr um 2000 Leben geheilt. Uninteressant. Dann haben wir hier Baras Fluch. Das ist, glaube ich, Hevs Fluch, ein Open World Set. Wenn ihr Schaden verursacht, erhaltet ihr mit einer Chance von 25% 5 Sekunden lang geschändeter Boden, der das Lauftempo von Feinen innerhalb von 3,5 Metern um 60% verringert. In jene Sekunde 6028 Magie schon zufügt und euch in Höhe von 100% des verursachten Schadens heilt. Klingt erstmal nicht absolut schlecht, aber ich glaube... Heißt das Set? Auslaugende Rüstung? Auslaugende Rüstung, kann das sein? Äh, genau. Also wenn man so ein Set spielen möchte, was einen für Schaden, den es macht, heilt. Und zum Beispiel im Endlosen Archiv kann das durchaus ziemlich mächtig sein. Na, auf dem Tank oder sowas im Endlosen Archiv sehr, sehr stark. Dann würde ich lieber Auslaugende Rüstung spielen. Und nicht Bahamahas Fluch oder wie auch immer das Set heißt. Ne, das würde ich dann, das würde ich eher bevorzugen. Wobei das natürlich ein Set aus einem Dungeon ist. Wobei, dieser Dungeon ist kostenlos. Ne, also dementsprechend, ähm, für die Liebesgilde braucht ihr ja einen DLC. Und für diesen Dungeon hier braucht ihr die Kaiserstadt. Und die kann man sich kostenlos freischalten. Jederzeit. Ist auch kein Sonderangebot, sondern man muss einfach in den Shop gehen und kann sich das Ding aktivieren. Ne, also dementsprechend würde ich vielleicht eher das bevorzugen. So, und jetzt geht's noch zum Luxusausstatter. Der Luxusausstatter fürs Housing, der befindet sich in Kalthafen. Oder, wir waren beim letzten Mal in Kalthafen. Heute zeige ich euch mal, dass der auch in Karkstein steht. Da wurde der nämlich mit dem Event Zenitas Eifer oder so ähnlich, wurde der nämlich dazu gepatcht. Da porten wir jetzt mal hin. Wir müssen einmal nach hier oben laufen. Und dann werdet ihr den dann gleich schon sehen. Dementsprechend auf nach Belkart. So, ich bin jetzt also hier am Teleportschrein von Belkart, ne. Und wir müssen jetzt einfach vom Teleportschrein aus einmal hier rüber reiten. Dann reiten wir hier gleich an der Eigensteinhändlerin vorbei. Das ist hier ein weiterer Standort für die Eigensteinhändlerin. Und auf der linken Seite, wollen wir mal ein bisschen gucken hier. Der linken Seite steht ja irgendwo hier. Der wurde hier irgendwann dazu gepatcht und steht jetzt nicht nur in Kalthafen, sondern auch hier. Es gibt diese Drachen-Garden-Feuerschale ohne Feuer. Oh, ne Luke, ne Falltür. Die ist geil. Die, und die sieht auch edel aus. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich nice. Alter, als... Man kann das Ding ja auch perfekt als Fenstertür benutzen. Einfach aufrecht. Und das klappt sich sogar wie eine Fenstertür auf. Ne, einfach... Als Fenstertür. Mega. Geiles Item. Ja, große Steine. Ich glaube, das ist mit einer der größten Steine im Spiel. Falls man jemand von euch Höhlen bauen möchte oder sowas. Dann gibt es hier dieses Fenster, was sogar Licht wirft. Auch sehr edel, wie ich finde. Auch für einen angenehmen Preis. Sowas wird... Also, ich denke, die Falltür und das Fenster hier, die werden auf jeden Fall auch für gut Gold weggehen. Also, wenn ihr die... Gut, da reden wir gleich nochmal drüber. Für einen Dschungel oder sowas ganz nett. Hat aber ansonsten keine Leuchteffekte. Ist einfach nur bunt, aber sieht cool aus. Die Dinger sind natürlich sehr sexy. Ne, damit irgendwie was Geiles bauen. Stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Ich glaube, damit kann man schon was Gutes machen, ja. Davon richtig viele. Boah. Kann man... Da kann man bestimmt eine Menge draus machen. Also, ich denke, dieses Item, dieses Item, das Fenster so mittelmäßig, weil nicht jeder auf diesen Look steht. Aber ich denke, durchaus auch. Und die Falltür, die werden auf jeden Fall, wenn man die erstmal ein halbes Jahr lang im Inventar gelagert hat, eine große Wertsteigerung beim Gildenhändler hinlegen. Also, ich gehe mal davon aus, 20 bis 30 Prozent kann man da auf jeden Fall rausholen. Beim Fenster vielleicht nur so 10 Prozent. Aber wenn ihr das eine Weile in euren Inventar behaltet und dann irgendwann in den Gildenhändler reinstellt, dann werden euch die Leute das auf jeden Fall abkaufen. Also, die Steine eher nicht so, weil die sind sehr günstig. Die kaufen bestimmt einige auf Masse. Hier bin ich mir auch unsicher. Aber ich denke, diesmal sind wirklich viele Sachen drin, die eine gute Wertsteigerung hinlegen könnten. Und man kann auch coole Sachen damit bauen. Allein diese... Lass mal das als Fensterladen, dann ist das eine gute Idee. Ich sollte mal mich wieder mit dem Thema Housing auseinandersetzen. Genauso, wie ihr euch vielleicht mit dem nächsten Thema auseinandersetzen solltet. Denn ich habe euch hier in diesem wunderschönen Video eins meiner Lieblings-Add-ons vorgestellt. Unfassbar oft werde ich gefragt. Hey, wie kommt es, dass du beide Leisten untereinander angezeigt bekommst? Also beide Skill-Reihenfolgen. Das erfahrt ihr in diesem Video. Da erkläre ich euch auch, wie ihr es installiert. Schaut euch das auf jeden Fall an und verpasst es nicht.